Roland Kaiser ist mit einem Riesenhaufen an Gepäck aufreisen. Fans sorgen sich um seine Rückkehr. Um Roland Kaiser, 71, könnte es in nächster Zeit ruhig werden, denn der Schlagerstar verabschiedet sich vorerst ins Ausland. Nach seiner Flucht aus Deutschland machen sich seine Fans große Sorgen. Kehrt er nie wieder auf die Bühne zurück? Wohin reisen Roland und Silvia? Ein Foto mit seiner Frau Silvia, 58, auf seinem Instagram-Kanal gibt Rätsel auf. Wir sind dann mal weg. Bis bald, schreibt Roland Kaiser dazu. Dazu postet der Schlagerstar ein Kreuzfahrt-Emoji, eine Welle, ein weißes Herz und eine Sonne, mehr nicht. Doch wohin geht die Reise? Mit zehn großen Koffern hat sich der 71-Jährige auf den Weg gemacht. In den sozialen Netzwerken hat er ein Schiffsmodell der alten R. M. S. Caronia geteilt. Ein solches Modell steht auf den Schiffen der Luxus-Reederei Kunert. Und am 11. Januar, als Roland seine Abreise postete, legte die Queen Mary II in Southampton ab. 47 Tage. Über die Kanaren nach Südafrika, La Reunion nach Australien. Eine Traumreise mit vielen Tagen auf See, um die Seele baumeln zu lassen. 50 Jahre Roland Kaiser. Und Roland Kaiser kann seine Batterien wieder aufladen. Erholung pur. Doch am 24. Februar zeigt das ZDF Giovanni Zarella präsentiert. 50 Jahre Roland Kaiser. Aber dann ist der Jubilar gar nicht da. Die Sendung wurde bereits am 16. Dezember in Offenburg aufgezeichnet. Die Auszeit hat der Sänger also schon lange geplant. Nun hoffen seine Fans, dass er im Mai wieder zurück ist. Dann startet seine große Jubiläumstour 50 Jahre 50 Hits. Und da wird er sicher wieder in Topform sein. Und da wird er sicher wieder in Topform sein.